Ich bin in Nordbayern aufgewachsen, im schönen Herzogenaurach. Da gibt es Adidas und Puma und dann wird man automatisch mit dem Ball groß. Es war von Anfang an schon der Fußball. Ich würde sagen, ich war so zwei Jahre alt. Mein Vater hat selbst Fußball gespielt, mein Bruder, vier Jahre älter, und somit war mir der Ball praktisch in die Wiege gelegt. Ja, wir haben tolle Fußballplätze, wir haben viel Unterstützung auch des Land Bayerns für die kleinen Vereine. Ich komme aus einem kleinen Verein und weiß, dass da sehr viel Unterstützung gegeben wird. Dann haben wir eine tolle Natur, wo man auch viel Sport machen kann. Wo kann man schöner Skifahren oder Wintersport betreiben wie in Bayern. In der Langlaufläufe, da sehe ich die wunderschön in den Beschneidenbergen. Ich glaube, das ist schon ein Segen, wo wir Danke sagen müssten. Wenn ich irgendwo in der Welt umherreise, dann wirst du ja auch gefragt, wo kommst du denn her? Dann sage ich, ja, aus Nordbayern, auch Herzogenaurach kennt man weltweit. Und darauf bin ich dann schon ein bisschen stolz.